Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Mist Survival. Ja, Mist, wir bluten. Ich weiß gar nicht mehr, was wir... Eieiei, Moment. Wie lädt hier noch alles? Ach, genau. Ich musste die Einstellung wieder... Äh, unterstellen, ich weiß es nicht mehr. Äh, was war denn dat? Low, das war's, ne? Ja, genau. Dann sehen wir auch wieder alles. Ha, schade eigentlich, aber, naja. Ähm, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier machen wollen. Ich weiß gar nicht mehr, warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht mehr. Wie spät haben wir denn? Mhm. 10.30 Uhr, das ist gut. Wir heilen, okay. Ein bisschen Hunger haben wir. Okay, okay, okay. Ich hab vergessen, was wir machen wollen. Ist schon ein bisschen... Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Die ist schon ein bisschen her. Aber das ist auch nicht so... Hallo, Bär. Äh, so schlimm. Hm, 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 hm. So. Die letzte Aufnahme ist halt ein bisschen her, aber, wie gesagt, nicht so schlimm. Können wir was direkt essen? So, wir essen direkt und nehmen direkt wieder einen Schluck Wasser. So. Ah, ich freu mich. Donnerstag, Donnerstag, Dönerstag. Oder, wie man mir geschrieben hat. Donnerstag, am Donnerstag, ähm, will man... Ich hab kein Wasser mehr hier drin. Oh. Äh, am Donnerstag will man mir, ähm... Ach, wir sind hier Wasser ab. Will man uns, ähm, das Glasfaserkabel endlich, endlich, ähm, ins Haus legen. Äh, das soweit anschließend aktivieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was aktivieren. Das haben sie leider nicht geschrieben. Das haben sie leider nicht geschrieben. Ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall, sie wollten irgendwas machen. Irgendwas wollten sie machen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau... Ich passte nicht durch die Tür, ich bin zu fett. So. Und ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe ja, ähm... Dass man... Huch. Ähm, dass es dann, ähm, auch direkt aktiviert wird. Unser Glasfasernetz. Ich hoffe, dass man dann uns direkt aktiviert. Das wäre ein Träumchen. Dann könnte ich endlich, äh... wieder besser hochladen und auch schneller hochladen. Das wäre echt nämlich ein Träumchen. Wenn man dann mal, äh, ja... Ich sag mal, schneller hochladen kann. Und auch, äh, rechtzeitig hochladen kann. Hier die Folgen, die sollten alle jetzt so zu... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so zu, zu, ähm... Oder ist das schon nach Halloween? Ich weiß es nicht. Ich nehme ein bisschen halt eben den Vorrat auf. Wie gesagt, ähm... Weil es mir auch gar nicht anders möglich ist. Mir ist es gar nicht anders möglich. Ich höre Hühner. Da hinten waren irgendwo Banditen. Ja. Ähm... Genau so ist es. So wird ein Schuh daraus. Hallo? Jetzt kann ich das Ding direkt vor meiner Nase hängen, oder was? Ich kann die... Ach ja, genau. So, warte. Dann kann ich das Ding auch weiter weg scrollen. Hallo, Bio. Nee. Nee, was denn? Man muss aber jetzt eigentlich, der Bio, der ist, äh... Nein! Jetzt schreibt doch nicht so viel! Ich kann das auch nicht auf der Webseite. Ah, okay. Also gar nicht irgendwo. Mhm, 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 mhm. Der Bio hat das Problem. Der will... Versucht sich gerade bei... Bei Bethesda anzumelden. Muss man hier lang? Muss man... Ah ja, wir sind schon vorbei. Äh, der versucht sich bei Bethesda anzumelden. Der Launcher, der hat den... Jetzt ist gut hier! Ach, der kann sich nicht mal einen Account machen. Ah, okay. Ja, gut, wie gesagt, der Bio versucht sich gerade einen Account zu erstellen bei Bethesda. Der hat... Mh... Ähm, der hat sich, äh... Fallout 76 vorbestellt. Wollte das schon mal runterladen, weil Bio hat leider auch voll das schlechte Internet. Ich bin froh, dass wir jetzt angeschlossen werden bei denen im Popelsdorf. Fangen wir jetzt gerade erst mit den Arbeiten an. Das ist natürlich echt mies. Muss man einfach so sagen. Das ist echt mies. Ja. Ähm. Bei denen ist eben noch nix. Die sind gerade erst am Ausbauen. Das heißt, beim Bio, äh... Ich glaube, was haben die geschrieben? Frühstens, ähm... Andersrum. Äh, frühestens, glaube ich, Frühjahr 2018 oder so. Wenn man die verschiebt, aber... Ist irgendwie... Ne? Mal gucken, hier. Hm. Naja, gefällt mir noch nicht so, aber... Eher jetzt. So, dann haben wir auch wieder eine ganze Ladung nach drüben geholt. Das gefällt mir relativ gut. Das gefällt mir relativ gut. So. Achso, wir könnten mal eben... Das habe ich noch so bei. Wollen wir mal vielleicht eben gucken. Äh, Gedärme. Ohne Ärme gibt es Gedärme. Hm. Äh. Oh. Habe ich... Habe ich... Habe ich nichts für Gedärme hier? Das ist aber traurig. Das ist aber sehr traurig. Lalalalalalalala... Lalalalalala... Wie gesagt, ähm... 45 Gigabyte oder was... Blatt, blatt... Äh, 45 Gigabyte oder so ist, glaube ich, die Beta groß. Ist natürlich echt eine Herausforderung. Und dann mit einer 16.000er Leitung bis zu... Bei der Telekom bis zu 16.000. Wer schreibt mir? Naja. Egal. Äh, bis zu 16.000 ist das natürlich echt... Ja, eine Sache... Äh, die man nicht unbedingt haben muss. Hey, da... Ist der respawned? Es respawnen doch, glaube ich, Sachen, oder? Ich glaube, die habe ich da bestimmt mitgenommen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir fast sicher, dass die... So viele Steine jetzt. Ja, gut. Sollte vielleicht aufhören zu sammeln. Das komme ich bei uns nie an. So. Hühnchen! Wie gesagt, der wollte dann wenigstens schon mal die... Ne, 45 Gigabyte bis zum 30.000 runterladen. Ja, natürlich. Der Hund geht natürlich voll ab. Der Hund geht voll ab. Ich weiß nicht, warum. Stimmt, der Postbote oder so? 11 Uhr 1. Das könnte sein. Prost. Aus! Mann! Hund! Hund! Ich will mich jetzt nicht ausloggen, um zu gucken. Hund! Hund! Das ist ja auch stumm geschaltet, damit ich hier nicht so ins Mikro brülle. Ach, guck mal hier. Oh, respawn. Jetzt geh ich doch wieder sammeln, ey. Das ist ja schlimm hier. Das ist ja schlimm hier mit mir. Nur so provisorisch. Wir haben nur provisorisch... Äh, provisorisch. Äh, ne? So, wir sind auch fast voll. Toll. Der Wagen ist hinten... Äh, das ist ein blöde Bär. Würde ich eigentlich gerne... ...großzügig umranden. Oh. Dach! Au! Jungel, auf! Oh, nein! Wir haben Blutungen. Ich hab mich gespeichert. Oh. Mir egal, mir egal, mir egal. Oh, nein! Ich hab überall Blutungen. Oh. Ah, toll. Wir sterben jetzt. Ah, nein, sperren wir nicht. Äh, doch, wir sterben. Shit! Ja, alles klar, wir können ja hier eben... Zack, ja, haben wir verloren, alles gut. Continue. Wir stehen ja hier. Wir stehen ja hier. Äh, ja. Da brauchen wir nix oder was? Ach so, ist schon alles verbunden. Ah, alles klar. Hau ab, du blöder Bär. Können wir ihn jetzt hier lassen. Ah, gar nix, Mann. Doch, hier. Stöckel kann ich hier lassen. Weiß wir nicht. Was haben wir denn da? Verloren. Er hat mich da jetzt. Jetzt sind wir gestorben. Umsonst. Völlig umsonst. So. Ich seh dich, Junge. Ich seh dich. So ein Dreck. Das ist so ein Dreck. So, den nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit. Und dann machen wir direkt ne, ne Bank. Gleich daheim. Den Rest holen wir später. Den Rest können wir später holen. Irgendwo gegenfahren, Mann. Das hat er nicht so gern, der Wagen. Uäh. Alter, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ich muss mich doch erst wieder dran gewöhnen. Uiuiui. Boah, ich hoffe echt, dass am Donnerstag, jetzt 25.10. wie gesagt. Vielleicht schreibe ich das ja mal auf Twitter und im Forum und bei Facebook und überall. Wenn Glasfaser dann auch wenigstens aktiviert ist. Ich bin ganz schön schnell unterwegs. Langsamer. Wenn das aktiviert ist. Ich würde mich so freuen. Ich würde mir so ein... Ah. Ihr glaubt gar nicht, was ich mich... Uah. Was ich mich freuen würde. Warum fahr ich eigentlich immer so schnell? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Könnten eigentlich mal alle umbauen hier. Und dann so eine Straße rollen. Dann träume ich ja... Ja. Ja. Quiii. 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 So. Salz haben wir auch dabei. Das ist gut. So. So eine Repairbank hätte ich ja jetzt gerne. Wo war die denn jetzt nochmal? Ne, da war es nicht. Unter B bestimmt. Workbench. Hm, hm, hm. Saw Machine. Hier, Repair. Tools, Weapon. Repair Station. Ist diese denn... Ist die überhaupt richtig rum? Moment. Muss ich mal... nochmal nachgucken. Ne, ist sie nämlich nicht. Siehste? Die steht doch nicht richtig, ey. So wird die, glaube ich, gerade. Ja, jetzt ist sie gerade, glaube ich. So, machen wir mal direkt. Was fehlt denn so in der Zeit? Oh, oh. Ah, Gott sei Dank. Hm, nochmal complete. Komplete auf meinem... Ja. Das sagen wir jetzt noch nicht. So, jetzt fehlen uns noch. Äh, achso, brauchte ich davon jetzt doch keine, oder was? Ich war jetzt echt der Meinung, wir bräuchten welche. Gear. Ah ne, Gear hatten wir schon komplett. Ah, geil. Okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Zack. Jetzt haben wir eine Repair Bench. 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 So. Aha. Okay. Hm. Aber... Da können wir jetzt nur... Machen... Reparieren. Aber nix erstellen, oder was? Ich dachte, wir könnten uns irgendwie auch... Ähm... Munition machen, oder irgendwie sowas. Das wäre nämlich ein Träumchen gewesen von mir. Ganz persönlich. Hm, 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 hm. Make Metal Tools. Hm, hm, hm. Use and repair weapons and tools to... Okay, das... Stations, hm, 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 hm. Stations, hm, 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 hm. Stations, hm, 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 hm. Making weapons and metal... Mental tools. Ah, hier. Da machen wir Koppa Ingoth und... Ja, äh. Können wir auch machen. Also, bringen es schon mal hierhin stellen. Dann, was wir haben... Wir haben nix. Können wir ja schon mal da reinballern. Ja, nicht viel. Äh. Hm. Hm. Ja, wir haben echt nicht viel. Ich hab da ganz so Holz jetzt, glaub ich, da gelassen, ne? Kann das sein? Ich glaub, ich hab da ganz so... Was hab ich denn? Hier, Duct Tape. Uhu. Ähm. Hab ich jetzt echt kein Holz mitgenommen oder so? Ah, ist aber... Das ist aber echt ein bisschen traurig gerade. Äh. Ich soll nochmal auf mein Bein und auf mein Arm achten, ne? Nur, um Holz zu holen, ne? Ich geh mit ihm. Huh. Oh, bin voll. Hm. Bitte kein Nebel. Bitte kein Nebel. Bitte kein Nebel. Bitte kein Nebel. Danke. Hä? Nicht mal. Okay. Manchmal versteh ich mein Leben nicht. Manchmal versteh ich das Leben nicht. Oh, wird aber dunkel. Mach mal sicher, gründen die Türen zu hier. Man weiß ja nie. Äh, achso. Und dann brauchen wir nochmal ein bisschen Holz. Craft yourself. Craft yourself. Craft yourself. Craft yourself. Yeah. Das reicht immer noch nicht. Das ist doch... Um zu glauben. Hä? Was brauchten wir eigentlich nochmal für das Fressi-Fressi? Campfire, da brauchten wir Steine und Holz für. Was war das hier mit dem Grill? Da brauchten wir ein bisschen... Wobei, wir haben es ja eigentlich. Da sollten wir noch einmal da haben, oder? Ja, guck mal. Da hatten wir noch Holz, hab ich gerade gesehen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein wichtiger Holz gewesen wäre. Komm mal, ich bin ja... Hier. Fuel. Nee, quatsch, nicht Fuel. Tinder. Starter. Können wir auch direkt reintun. Und hier Tinder auch. Ja, und hier, guck mal, so ein Paket Feuerholz. Das geht auch schon mal. Dann haben wir das schon mal aus dem Inventar raus. Ähm, achso. Nee. Basic Fire. Hm, 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 hm. Ich hoffe, das reicht. Noch. Oh, es ist Nacht. Wir sollten jetzt auch gleich mal pennen gehen vielleicht. So, dann wollte ich diesen Cooking Pot, glaub ich, noch da drüber klatschen, ne? Diesen, ja. Ja, ja, ja. Ach du Scheiße. Dann brauchen wir noch Sticks. Wo kriegen wir denn? Sticks, ach, Moment. Sticks, ne. Sticks waren hier. Sticky die Stickmanns. Ich glaub, vier reichen. Do it yourself. Na, ich bin schon relativ schwach over Brust. Ähm, haben wir den... Haben wir den... Ne. Äh, Blätter und Borke. Wir haben nirgendwo Borke mehr. Äh. Na gut, dann machen wir das rein, würde man auch reinmachen können. Und dann kommen wir uns morgen um, 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 um die Burke. Um die... Uah. Aue. Ist ja auch schon Nacht und ich bin todemüde. Ja, genau. Acht Stunden schlafen. Das tut gut. Ah. Ah. Ah.